Hallo Leute, ich bin wieder froh, euch wiederzusehen. Ähm, ja, ich weiß ja, dass es viele verrückte Menschen gibt. Aber wie verrückt kann man sein, um sowas zu tun? Ja, ähm, das ist ja nicht ganz verrückt. Also, wo wir gerade schon mal verrückt sind. Ich zeige euch mal meinen Pony. Der ist manchmal auch bravig geworden, aber... Hallo, wer seid ihr? Ich zeige es mal, Freund. Ich zeige es mal, Waschi. Äh, nenne ich sie so. Du heißt so. Mach das aus. Was? Äh, da. Du weißt doch gar nicht, meinst du weißt? Hey, nein, bleib da. Das geht überhaupt nicht, wenn du nicht weißt, wie du weißt. Äh, äh, äh. Also, ich hab wahnsinnig gekriegt. Leute. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ich weiß, wie ich heiße. Wer heißt denn? Ähm, muss dich nicht interessieren. Leute, äh, das war's für das Video. Gar nicht! Ja! Äh, äh. 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 Das war's für das Video heute. Nein. Nein. Ich esse nicht. 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 Also, ich muss euch schon sagen, ich hoffe, es hat euch das Video noch gefallen, obwohl, ähm, meine Freundin so verrückt geworden ist. Ja, und sie hatte recht, ich heiße wirklich Waschi, ähm, aber das war mir ein bisschen peinlich, weil ich nicht so kurz wie ich heiße. Also, bis dann mal. Irgendwann mal. Sehen wir uns vielleicht mal wieder. Also, ciao!